Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf OnkelTV. Ja, heute gibt es mal ein normales Let's Play, kein Live-LP, also kein Livestream und heute ist auch die Kamera aus, denn ich habe den Tipp bekommen, bei diesem Spiel schalte die Kamera aus. Ich habe keine Ahnung und ja, wir zocken zusammen Life is Strange. Es ist jetzt schon ein etwas älteres Spiel, muss man sagen. Ja, aber ich habe es bisher noch nicht gezockt. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe es bisher noch nicht, nicht mal die kostenlose Episode habe ich gezockt, aber ich habe überall gehört, dass dieses Spiel genial sein soll, dieses Spiel einfach nur schön sein soll und dass ich das unbedingt mal zocken soll. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt wohl auf der E3 noch dieses, dieser Trailer kam für das neue Life is Strange, was wohl vor dieser Zeit spielt von diesem Spiel. Habe ich mir gedacht, komm, kaufst du es dir endlich mal und machst endlich mal, ja, davon ein Let's Play und ich habe auch noch keine Let's Plays oder sonst davon gesehen, weil es ist nun mal ein Story Game und ich wollte mich davon einfach nicht spoilern lassen, aber ich kam einfach nie dazu, das Spiel zu spielen. Und ja, da würde ich sagen, Life is Strange, hier auf OnkelTV und wir legen dann einfach mal los. Ja, ich bin hier auf Episode 1, klar, ich musste ja Soundtest machen und sowas, aber ich hoffe, dass das Spiel jetzt auch von vorne anfängt. So, ich gucke trotzdem in die Kamera, obwohl die Kamera aus ist. Ja, da würde ich sagen, viel Spaß bei Life is Strange und ich hoffe, wir kriegen das ordentlich gewuppt hier. Und ich hoffe, ja, wir haben ein schönes Spielerlebnis zusammen. Ich denke mir mal, es wird nicht so witzig werden oder ich werde bestimmt viel lesen müssen oder, ja, wir werden mal schauen. Wir werden uns einfach mal überraschen lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß bei Life is Strange. Wir werden uns einfach mal überraschen lassen. Und wo bin ich? Was ist passiert? Ich bin ein Sturm. Wie bin ich hier? Und wo ist hier? Warte, da ist das Lichthaus. Ich werde sicher sein, wenn ich es dort machen kann. Ich hoffe. Bitte lasse ich es dort machen. Schauen wir mal... Wer... Ja, aber sowas finde ich immer gut. Wenn man nicht weiß, wer man ist und das alles so nach und nach selbst rausfindet. Ich hoffe, das Spiel ist auch so aufgebaut. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Ich guck immer noch in die Kamera. Was haben wir denn hier? Einen Ziegelstein. Und hier haben wir eine Gronik Map. Kann ich hier irgendwie ranzoomen oder sowas? Schön, wir haben hier... Einen Leuchtturm. Oh, da oben haben wir einen Totenkopf. Links. Hm. Das ist links neben dem... Leuchtturm. Das wäre da hinten. Aber das ist doch mehr. Oh, was? Warte mal, hier ist der Leuchtturm. Dann wäre das ja... Hier irgendwo. Da wäre irgendwo dieser Totenschädel. Kann das sein? Ah, egal. Vielleicht sollte ich jetzt mal nicht so drumrum überlegen. Sondern einfach mal weiterlaufen. Ja, ziemlich stürmisch hier. Upsala. Jetzt habe ich mich hier. Oh, natürlich. Oh. Alter Schwede. Ja. Sek. Ja. Bühne. Oh, das war so unreal als ich. Oh, ja. Ach. Film, little pieces of time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in body 1? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally uncomfortable about the way that they have mothers and children. She saw humanity is tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though. I could frame anyone of you on a dark corner and capture you in a moment of desperation. And anyone of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people with the height of their beauty or innocence? What? She had a brilliant eye. So, she could have taken another approach. I have to admit it. I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too, Victoria. Hä? Halt die linke Maustaste. Zieh auf Ansehen und lasse. Achso, schmiss. Er zeigte die ökonomischen Bedingungen dieser Ära unverfälscht, aber auch die Schönheit. Ja, jetzt hat natürlich die ganzen Leute bestimmt auch über mich gelacht, dass ich das Ding nicht angucken konnte. Ich dachte, ich muss das runterziehen. Du hast keine Schönheit ohne Bedingungen. Das erkläre, warum Frank war Kerouac's Fotografie. Ich liebe meine Analoge Camere. Ich sollte jetzt eine kurze Bildung nehmen. Ich bin jetzt im Moment. Was ich jetzt? Ich bin jetzt in der Körouac-Förmöge. Und wenn du nicht so schäuzt, 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 schäuzt. Ich glaube, Max hat das, was ihr Kinder sagen, ein Selfie. Ein dummer Wort für eine wunderbare Fotografie Tradition. Und Max hat ein Geschenk. Natürlich, wie ihr alle kennt, das Fotoporträt hat schon seit den 1800s. Deine Generation war nicht die erste der Bildung für Selfie. Sorry. Ich kann nicht resisten. Der Punkt bleibt, dass die Porträtin immer ein wichtiges Aspekt des Kunst und Fotografie ist, für so lange es sich um. Jetzt Max, seitdem du wir unsere Interesse haben, und sicherlich wollen wir uns in die Gespräche, kannst du bitte erzählen uns den Namen des Prozesses, die die ersten Porträtin zu haben? Ich frage mich? Ich frage mich? Ich frage mich? Das wissen Sie oder nicht, Max. Hier gibt es jemanden, der ihre Sachen kennt? Louis Daguerre war ein Französer, die Daggeriotype, die Porträtin zu geben, wie ein Bild. Jetzt bist du in die Retrozone. Blöde Kuh, Alter. Oh, was haben wir denn hier noch? Was ist das denn? Amen. Nein! Wartet doch! Keine Ahnung, um eine Fotos zu finden, in der Alltag-Heroes-Kontest. Ich fliege mit dem Gewinner in San Francisco, wo du von der Kunstwelt bist. Es ist großartig, und es kann eine Karriere in Fotografie starten. Also, Stella und Alyssa, zusammenkommen. Taylor! Schau! Ich warte! Ich warte noch auf deine Entrie. Und ja, Max, ich sehe dich, nicht zu sehen. Ich hätte das jetzt aber gern noch gelesen. Kann ich das jetzt noch irgendwo? 1. Oktober. Oktober. Mein Lieblingsmonat. Das beste Wetter des Jahres. Ich liebe den Farbwechseln der Blätter und wie sie zu kleinen Flammen werden. Es ist immer noch zu heiß. Danke, globale Erwärmung. Und ich kann Pullover und Gruselfilme noch nicht auspacken. Bald. Kate hat mir The October Country von Ray Barbary geliehen. Ich kenne nicht viel von ihm. Warren hätte mir deswegen fast meinen Geektitel aberkannt. Battle Royal war meine Rettung. Aber er beschreibt die herbstliche Atmosphäre in Kleinstädten perfekt. Das letzte Mal habe ich mich an Halloween mit Chloe verkleidet. Ich habe irgendwo Bilder. Ich sollte zu einer richtigen Halloween Party gehen, um mich unter die Leute zu mischen. Das oder im Vortex Club mit dem Strom schwimmen. Lieber sauf ich ab. Du bist so witzig, Max. Wenigstens versuche ich aus mir heraus zu kommen. Ich kann nicht erwarten, dass sich mein Leben nach ein paar Wochen Blackwell Academy völlig verändert. Wie meine Eltern so gern sagen. Du hast alle Zeit der Welt. Oh Gott. Ja, 10. Juli 2013. Ich wurde an der Blackwell Academy angenommen. Wenn Worte tanzen könnten, wäre dies ein Rave. Obwohl ich noch nie auf einem war. Wen kümmert's? Ich kann die Blackwell Academy. Äh, ich kann an die Blackwell Academy. Ich dachte nicht, dass ich so aufgeregt sein würde. Immerhin habe ich früher in der gleichen Stadt gelebt. Aber als ich die Nachricht des Stipendienprogramms sah, fühlte ich, wie mein Puls sich beschleunigte. Ich dachte, es würde Verzeihung Danke fürs Spielen drin stehen. Ich brauchte ein paar Sekunden, bis ich alles las. Ich wollte wohl den letzten Moment, jetzt kommt hier ein Hubschrauber vorbeigeflogen, seliger Unwissenheit auskosten. Da sah ich das erste Wort Gratulation und schrie. Mama hat geweint und Papa gelacht. Die beiden sind so komisch. Aber sie sind glücklich und müssen mich finanziell in Blackwell nicht unterstützen. Das bedeutet neue Klamotten. Und wenn ich es richtig anstelle, einen neuen Laptop. Oh, und ich muss mir in Großbuchstaben weiterhin sagen, ich kann an die Blackwell Academy. 18. August 2013. Es ist soweit. Ich ziehe von Seattle zurück nach Arcadia Bay. Leute gehen normalerweise auf eine Highschool nahe in ihrem Zuhause. Ich auch irgendwie. Ich habe nur fünf Jahre lang nicht dort gewohnt. Von all den Fotografiekursen suche ich mir den kleinsten aus, in einer Stadt, die ich gerne hinter mir ließ. Vielleicht wollte ich die ganze Zeit zurück, nur um zu sehen, ob Chloe und ich noch Freunde sind. Ich wünschte, sie hätte mit uns nach Seattle ziehen können. Die Stadt ist wie für sie gemacht. Wann immer wir Pirat spielten, war Seattle diese ferne, sagenumwobene Insel voller Schätze und Abenteuer, nach denen wir suchten. Mit Coffeeshops. Aber Seattle war kein Märchen. Ganz im Gegenteil. Jetzt scheint mir Blackwell exotischer als jeder andere Ort. Fotografie unter Mark Jefferson zu studieren. Seufz. Ein Traum. Und die Schüler werden von überall herkommen. Es wird nicht wie in der Highschool hier. Ich lag nie auf einer Wellenlänge mit meinen Mitschülern oder Jungs. Glücklicherweise hatte ich ein paar tolle Freunde, aber es wird Zeit zu verschwinden. Vielleicht stellt sich Arcadia Bay als die Insel der Schätze und Abenteuer raus, nach der ich gesucht habe. 25. August 2013. Der reine Wahnsinn. Ich wusste nicht, wie viel Mist ich besitze, bis ich packen musste. Mama und Papa freuen sich ein bisschen zu sehr, dass ich mein Zimmer räume. Allerdings hat Mama beim Packen meiner T-Shirts geweint. Ich hätte am liebsten selbst geweint und wäre in Seattle geblieben. Statt zu packen, möchte ich meine Klamotten verbrennen. Und im Secondhandladen eine komplett neue Garderobe für das neue Schuljahr aussuchen. Nicht, dass ich im Moment viel im Schrank hätte. Niemand außer Chloe kennt mich und wir könnten uns sehr verändert haben. Ich kann mir eine neue Frisur oder ein Tattoo zulegen. Oder mit einem süßen Austauschkünstler aus Paris oder Rom ausgehen. Ich kann alles tun, außer ich fliege auf. Und so viele Möglichkeiten, meine Fotos auszustellen, das macht mir Angst. Aber ich bin auch aufgeregt. Und dann ist mir nicht mehr nach Weinen zumute. Ich bekomme Gänsehaut und merke, dass sich mir eine ganz neue Welt eröffnet. Ich kann es kaum erwarten. Ich möchte nur, dass es in Blackwell anders läuft. 2. September 2013, um 0.07 Uhr. Ja, da war die Kleine aber ganz schön lang wach, Mensch. Mein erster Eintrag aus meinem neuen Zimmer vor dem ersten Schultag in Blackwell. Puh, ich hatte keine Zeit zu schreiben oder Fotos zu machen, seitdem ich hier ankam. Mein Krempel in den Kisten im ganzen Zimmer, das klein, aber mein ist. Verteilt. Ich will hier nie weg. Ich will dekorieren. Dekorieren vor allen Dingen. Ich will eine ganze Wand voller Fotos. Ich habe ein Paar meiner Mitbewohner getroffen, kann mir aber keinen Namen merken. Was soll's. Ich kann aber schon sehen, wer cool ist und wer nicht. Es ist ätzend, sich in einem neuen Umfeld zurechtzufinden, wenn ich gerade gute Freunde in Seedl gefunden habe. Ab jetzt bin ich hier und mein neues Leben beginnt. Gute Nacht. 3. September 2013. Ja, ordentlich Lesestoff hier. Noch vier Seiten, Freunde. Ja, der erste Part wird wahrscheinlich ein Lesepart. 3. September 2013. Blackwell ist scheiße. Ich hatte vor, nicht zu früh rumzuheulen. Aber verdammt. Der Tag begann wie Weihnachten. Kaum geträumt vor Aufregung. Mein Gott. Den ersten Tag meines neuen Lebens zu Beginn. Ich Dussel wusste nicht, was ich anziehen sollte und nahm einfach, was auf dem Boden lag. Ich kann mir keine Namen und Gesichter merken, aber hängen geblieben sind Kate, Brooke, Taylor, Alicia. Und wie könnte ich Victoria Chase vergessen? Reich, stylisch, verwöhnt. Ich konnte ihre Verachtung spüren, als sie meine schäbigen Sachen sah. Als sei ich für eine Modenschau nach Blackwell gekommen. Vielleicht bin ich ja hypersensibel, aber ich glaube, Victoria sieht das Leben als ihre Reality-Show. Work. 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 Okay. Das war schon wegen meinem sozialen... Was? Das war schon wegen meinem sozialen Unbehagen nicht lustig. Ich dachte wieder, hier zu sein wäre einfacher. WMX. Es war unglaublich, im Morgendunst über den grünen Campus zu laufen. Ich liebe die Steinstufen und Backsteinmauern. Alles wartet nur darauf, fotografiert zu werden. Apropos. Eine gute Sache ist heute noch passiert. Jeffersons Fotografie-Unterricht. Seufz. Es gibt noch mehr zu erzählen. Doch ich bin erledigt. Verzeih mir. Tagebuch. 4. September. Hab jetzt schon massig Hausaufgaben. Scheiße. Gibt uns doch nen Tag zum Eingewöhnen. Aber als Beweis, dass ich kein totaler Loser bin, habe ich in Naturwissenschaften einen neuen Freund gefunden. Sein Name ist Warren Graham und er ist ein echter Geek. Düster und witzig. Er ist ein besser Wisser, weiß aber auch echt viel. Wir haben über Fotografen geredet und er nannte tatsächlich einige, die mir unbekannt waren. Wir haben Nummern ausgetauscht und er wird ein guter Studienpartner sein. Oder ein guter Freund. Ich brauche mindestens einen, so wie es mir mit Klicken aussieht. Ich dachte, mit 18 müssten mich Teenager-Drama nicht mehr kümmern. Falsch. Wenigstens kann ich als Hausaufgabe berühmte Fotografen recherchieren. Jefferson hat uns viel zum Lesen aufgetragen. Aber genau das will ich auch lernen. Es ist super cool und super entspannt. Er versucht nicht hip zu sein, sondern sagt, was er denkt. Und erwartet das gleiche von uns. Er ist ein Genie. Ich will ihn heiraten. Scherz. Dieses eine Fach ist die ganze soziale Störung wert. 15. September. Die Hausaufgaben machen mich fertig. Die Lehre verteilen wohl schlechte Noten, damit man sich nicht besonders fühlt. Aber Victoria und ihr Trupp tun so, als seien sie geehrte Gäste Blackwells. Die Jungs sind nicht besser. Nathan Prescott ist Victorias männlicher Klon. Noch reicher und eingebildeter, wenn das überhaupt geht. Seine Familie ist die älteste in Arcadia Bay. Und schon als Kind habe ich Geschichten über sie gehört. Die Prescott haben krass viel Geld in Blackwell investiert. Also tut Nathan, als gehöre ihm die Schule. Gestern hat er im Unterricht die Füße auf den Tisch gelegt, getextet. Und der Lehrer hat nichts gesagt. Ich wäre suspendiert worden. Aber er und Victoria gehören zu diesem doofen, elitären Vortex-Club, der tolle Fäden schmeißt. Also kommen sie damit durch. Lang lebe der König und die Königin. Ich will nicht alles mies machen. Ich mag Kate Marsh. Sie wohnt auch hier und ist in einem meiner Kurse. Sie ist so hübsch und lieb und nett. Das macht sie viel hübscher als Miststücke wie Victoria. Die glauben, dein Gesicht und Outfit ist alles, was zählt. Ihr Drama hat mich bereits angesteckt. Schluss damit. 23. September Heute konnte ich mich endlich auf dem Campus umsehen. Perfekter, klarer Himmel. Ich vergesse immer, wie gut ich mich dabei fühle, nach dem Faulenzen Bilder zu schießen. Apropos Bilder. Jefferson möchte, dass wir alle an dem nationalen Fotowettbewerb Helden des Alltags teilnehmen. Dem Sieger winkt eine Reise nach San Francisco und viel Aufmerksamkeit. Jeder Schüler soll nur ein Foto erreichen. Genau deswegen bin ich nach Blackwell gekommen und natürlich schiebe ich Panik. Wenigstens sind es noch ein paar Wochen bis zum Abgabetermin im Oktober. Noch viel Zeit zum Stressen und Abschieben seufzt's. 30. September Ich weiß nicht, ob ich es hier hasse oder liebe. Ich versuche in Naturwissenschaften mitzuhalten. Als ob ich mich jucken würde, als ob es mich jucken würde, ob ich irgendwas wüsste. Zum Glück gibt es Warren, wenn er nur als Klon meinen Platz einnehmen könnte. Miss Grant ist viel cooler als die Klasse. Sie erklärt Teilchenphysik so, dass selbst ein Holzkopf wie ich es ein wenig versteht. Ich mag es, wie sie Gesellschaft und Wissenschaft verbindet. Sie geht das Leben engagiert und personiert an. Anders als einige andere hier. Aber ich versuche mehr teilzunehmen, auch wenn es bedeutet, Fragen zu stellen statt sich zu verstecken. Ich bin froh, nicht der einzige Sonderling hier zu sein. Welche Hausaufgaben weiche ich heute aus? 1. Oktober Oktober, mein Lieblingsmonat. Hä? Das war doch jetzt das letzte. Oktober, mein Lieblingsmonat des Jahres. Ich liebe den Farbwechsel, bla 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 bla. Okay, das hätten wir jetzt mal lieber nach der Reihe lesen sollen. Aber ich wusste ja nicht, dass das... Ich habe die Seiten da unten zuerst gesehen. Aber dann... Soll ich es nochmal vorlesen? Komm. 1. Oktober. Oktober, mein Lieblingsmonat. Das beste Wetter des Jahres. Ich liebe den Farbwechsel der Blätter und wie sie zu kleinen Flammen werden. Es ist immer noch zu heiß. Danke globaler Werbung. Und ich kann Pullover und Kruselfilme noch nicht auspacken. Bald. Kate hat mir das Oktober Country von Ray Bradoni geliehen. Ich kenne nicht viel von ihm. Warren hatte mir deswegen fast meinen Geek-Titel abgekannt. Battle Royale war meine Rettung. Aber er beschreibt die herbstliche Atmosphäre in kleinen Städten perfekt. Das letzte Mal habe ich mich an Halloween mit Chloe verkleidet. Ich habe irgendwo Bilder. Ich sollte zu einer richtigen Halloween Party gehen, um mich unter die Leute zu mischen. Das oder im Vortex Club mit dem Strom schwimmen. Lieber sauf ich ab. Du bist zu witzig, Max. Wenigstens versuche ich mich aus mir heraus zu kommen. Ich kann nicht erwarten, dass sich mein Leben nach ein paar Wochen Blackwell Academy völlig verändert. Wie meine Eltern so gern sagen, du hast alle Zeit der Welt. So, das habe ich jetzt extra nochmal vorgelesen, um die Reihenfolge zu vervollständigen. Ich glaube, das war ja jetzt gut, ne? So, okay. Was haben wir denn hier? Wir haben, Leute, Macs. Mein Name ist Mac Corfield. Und schon als kleines Kind wusste ich, dass ich Fotografin werden wollte. Ich habe die Welt immer durch mein Objektiv betrachtet. So bin ich Teil dieser Welt, aber aus sicherer Entfernung. Ich fühlte mich schon immer mehr zu alten Analogkameras hingezogen, als zu digitaler Technik. Ich liebe alle Stile und Techniken, aber das Instant Selfie mag ich am meisten. Ob die Leute mich verspotten, interessiert mich nicht. Ich bin tolle Gesellschaft. Ich bin tolle Gesellschaft. Wie? Und jetzt bin ich in der Heimat meiner Kindheit zurückgekehrt, um Fotografie an der Blackwell Academy zu studieren. Sogar mit Stipendium. Ich ließ Chloe, meine auf ewig beste Freundin, bis ich wegzog und mich fünf Jahre nicht meldete, zurück. Und es ist so komisch, hier zu sein und sie noch nicht gesehen zu haben. Ich bin jetzt 18 und offiziell erwachsen, fühle mich aber selten weise oder reif. Ich bin bereit, ein ganz neues Leben mit der Retro-Kamera an meiner Seite zu beginnen. Bitte lächeln. Mark Jefferson ist nicht nur einer der weltbesten Fotografen, sondern auch mein Lehrer. Und einer der Gründe, warum ich hierher wollte. Wie oft wird man schon von einer Inspiration betreut. Ich mochte seinen Art-Deko- und Goth-Style-Stil schon immer und seine Arbeit in der Werbung ist so vielseitig. Jefferson kann aber auch herablassend sein. Er ist recht cool für sein Alter, aber auch distanziert und manchmal überheblich. Er lächelt zu selbstgefällig, wenn er glaubt, Recht zu haben. Ich glaube, er will uns darauf vorbereiten, wie hart es ist, ein Vollkleid-Vollzeitkünstler zu sein. Er scheint meine Arbeit und Obsession mit Analogbildern zu verstehen. Er will wirklich, dass ich ein Foto für diesen Helden des Alltagswettbewerbs erreiche. Aber bis jetzt konnte ich es verhindern. Der Gewinner fliegt nach San Francisco, um Blackwell zu repräsentieren und national bekannt zu werden. Es wäre toll, wenn meine Arbeit gut genug ist und es ist eine Ehre, dass Jefferson mich zur Teilnahme drängt. Ich weiß nicht mehr, ob ich Kate Marsh im letzten Monat je lächeln oder lachen gesehen habe. Sie ist wirklich lieb und nett, obwohl die anderen sie über ihre Abstinenzkampagne lustig machen. Sie benehmen sich unreif, aber alle in Blackwell sind in der Oberstufe. Sie muss eine Menge einstecken. Sie hat mit vielen religiösen Gruppen zu tun, hält mir aber keine Predigt, also ist es mir egal. Sie war die letzte Woche über extrem still und introvertiert. Sie sieht aus wie ein Zombie. Ich würde ihr gern helfen, kann aber kaum mir selbst helfen. Ich frage mich, ob das ganze Mobbing sie zermürbt hat. Das kann ich verstehen. Ich muss versuchen, mehr mit ihr zu reden und sie vielleicht zu einem Tee oder Film einladen. Obwohl sie erwachsen ist, darf sie bestimmt keine Filme gucken, die mit FSK 18 bewertet sind. True love waits. Was? Shush. I'm dreaming. Okay. Victoria Case. Victoria Case. Wenn sie nur so sehen könnten. Das Bankkonto wäre schnell eingefroren. Allerdings ist sie im Vortex Club und der scheint die Schule zu besitzen. Vielleicht ist es ihr deshalb scheißegal. Komisch ist nur, sie kennt sich mit Kunst und Fotografie aus. Sie kann selbst die Namen aussprechen, die meine Zunge verknoten. Ihre Arbeit ist etwas kühl, aber sie hat ein gutes Auge. Sie hat auch ein Auge auf Jefferson geworfen. Es ist so offensichtlich, dass es echt peinlich ist. Fehlt nur noch, dass sie auf seinem Schoß sitzt. Er bleibt kühl. Man sieht, dass sie versucht, den Helden des Alltagswettbewerbs zu gewinnen. Es macht sie bestimmt irre, dass sie ihn weder kaufen noch verführen kann. Ha! Okay. Was haben wir denn hier? Episode 1, Clarice. Äh, Chrysalis. Haben wir noch Dateien. Da haben wir hier ein Foto. Okay, das wäre das eine Foto, was wir an der Julie gesehen haben. Und jetzt haben wir noch SMS. Ja, die nehmen wir noch durch. Und dann sind wir schon bei einer Überlänge bei dem Part. Aber das nehmen wir noch durch. Dann haben wir wenigstens den ganzen Lesestoff im ersten Part abgefrühstückt. Und können dann im nächsten Part loslegen. Okay, Papa hat mir eine SMS geschrieben. Deine Mama da gleich mal. Dein 18. Geburtstag soll ein besonderer sein. Du bist jetzt erwachsen, aber immer noch unser kleines Mädchen. Wirf einen Blick auf dein Konto. Gib nicht alles auf einmal aus. Hm. Äh, wie komme ich zurück? Ähm, wie komme ich zurück? Ach, da. Die Kate hat mir geschrieben. Immer... Warte mal. Hey Max, bist du in der... Fängt das von oben an? 10 Uhr 51. Hey Max, bist du in der Nähe? Immer. Alles klar. Möchtest du später Tee trinken gehen? Absolut. Ich habe ab vier Zeit. Bis dann. Cool. Äh, dann haben wir hier die Mama. Die Mama hat mir geschrieben. Herzliche Glückwünsche Maxine. Wir können ja nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist. Ja, ne? Das ist schön. 18. Würde ich auch gerne mal wieder sein. Waren. Jawohl. Ich bin eigentlich froh, die Zeit hinter mir gelassen zu haben. Willst du nach dem unterrichten einen Kaffee? Ich brauche eine Ausrede, nicht zu lernen. Bitte. Ach nee, das ist ja gar nicht von uns. Bitte. Sieh dir... Mhm. Sieh dir auf jeden Fall Nekromantik auf Stick an. Mwahaha. Mad Max, lass uns Kram in die Luft jagen. Moment, ich muss für einen Physiktest büffeln. Wenn wir was in die Luft jagen, muss ich die Bahngeschwindigkeit messen. Mhm. Ignoriert diese Nachricht nicht. Okay, wir haben aber nicht zurückgeschrieben. Wahrscheinlich ist sie doch ein wenig zu schüchtern, liebe Freunde. Okay, liebe Freunde. Ja, wie ihr seht, wir können hier schon wieder ein Notizbuch... Oh mein Gott, das wird wieder viel zu lesen sein. Aber das ist egal. Wir werden uns... Ja. Im nächsten Part werden wir uns hier oben sehen. Und ich hoffe, der erste Part hat euch gefallen. Auch wenn es jetzt wirklich nur Lesestoff war. Aber ich glaube, es ist besser, jetzt im ersten Part abzufrühstücken. Und dann haben wir das im nächsten Park rum. Park. Im nächsten Part rum. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und da würde ich sagen, wir sehen uns... Ich weiß noch nicht, wie es zweifel ich morgen wieder oder übermorgen wieder. Ich denke mal, jeden zweiten Tag wird hier ein Part kommen. Und da würde ich sagen, bis denn Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. üss. cheat